hallo zusammen heute starte ich mal direkt am hotel ich bin jetzt schon ein paar meter unterwegs ich laufe heute bis nach ötz und zwar zum tiburger see da unten ist die ötztaler aache ja die rauscht schon ganz gut vor zwei wochen war ja hier ein riesen unwetter wo auch die straße weggerissen wurde und wenn man sich hier die fließgeschwindigkeit ansieht das ist schon ohne stark regen heftig ich werde auch gleich die richtung wechseln und dann auf die andere seite von der arke weiter laufen jetzt bin ich auch schon an der brücke ja das raus schon ordentlich als ich mir die strecke rausgesucht habe habe ich gedacht das ist eine einfache talwanderung aber als ich dann das höhenprofil gesehen habe da sollen es auch ungefähr 750 höhenmeter werden heute bin ich gespannt was nachher zum schluss bei rum kommt jetzt geht es erstmal hier schön gemütlich flach über breite wege heute soll auch der letzte schöne tag sein heute nachmittag soll es anfangen zu gewittern die nächsten tage soll es auch regen geben naja bin ich mal gespannt muss ich mir auch ein paar leichtere touren raussuchen jedenfalls keine 3000 hier ist schon ein brunnen steht sogar dran trinkwasser in deutschland würde überall dran stehen kein trinkwasser fließt jetzt alles in die arke da ganz oben so ungefähr in der mitte vom bild da stehen auch ein paar häuser also hut ab wer da hoch muss vor allem im winter man kann da seine serpentinenstraße sehen oder ein weg keine ahnung aber irgendwie muss hier riecht es gerade so schön nach holz sieht aus als wäre hier ein sägewerk überall liegen hier die bretter rum da vorne sind die hühner ich sehe gerade hier oben geht ein fahrt lang und gehe ich jetzt mal hier weiter und bin ich auch direkt wieder an der arke da vorne ist jetzt noch mal eine brücke könnte man wieder auf die andere seite gehen aber ich glaube da muss ich nicht lang das ist aber nichts für kleine leute also hier kann man kaum drüber gucken ich laufe jetzt in die richtung weiter überall so viel holz hier hier kann man jetzt noch mal besser sehen da oben auf die häuser man kann sehen heute ist nicht mehr so blauer himmel wie die letzten tage auf jeden fall richtig schön hier aber irgendwann müsste es jetzt auch mal hoch gehen ich kann da vorne schon ein paar wegweiser sehen da geht es bestimmt links in den berg rein hier wachsen die kürbisse auf dem misthaufen ich glaube der gemütliche teil das ist erst mal vorbei jetzt gibt es aber wieder mehr schöne ausblicke jetzt gibt es aber wieder mehr schöne ausblicke da hinten ist um hausen da bin ich losgelaufen und hier geht es weiter das einzige was jetzt nicht so schön ist ist die straße da unten weil das ist doch ziemlich laut der ausblick ist aber gigantisch und hier geht es weiter auch ein schöner wasser fall ich glaube jetzt geht es hier weiter jetzt kommt ein schöner fahrt aber der ist auch wesentlich steiler von wegen einfacher weg ich habe aber schon mehr als die hälfte von der steigung geschafft und wenn das jetzt noch so steil weiter geht dann bin ich auch oben hier kann man sich jetzt auch mal ein bisschen festhalten extra so ein paar stufen reingesetzt ein schöner teilblick aber da kommt gleich noch ein aussichtspunkt der fahrt ist jetzt erstmal vorbei ich bin noch nicht ganz oben also es geht immer noch bergauf aber weit kann das jetzt auch nicht mehr sein hier kommt jetzt der richtige aussichtspunkt und auch eine bank aber die steht ein bisschen komisch hier gibt es jetzt eine schöne karte und hier der blick dazu da hinten links so ziemlich am ende bin ich losgelaufen dann ging es da unten über die wiese und dann rechts hoch nochmal ein blick bevor es weiter geht hier geht jetzt auch nochmal so ein fahrt hoch allerdings weiß ich nicht ob ich da hoch muss aber ich gehe da jetzt erstmal lang irgendwie dachte ich da oben ist falsch jetzt bin ich hier runter gegangen aber da ist auch sackgasse auf der karte ist auch alles nicht so eingezeichnet jetzt bin ich hier einmal im kreis gelaufen gerade hier rechts den fahrt hoch und da hinten irgendwo wieder runter jetzt laufe ich hier mal dran vorbei aber hier stehen keine schilder der einzige schild steht nach da oben naja ich gehe trotzdem mal hier weiter nachdem ich jetzt ungefähr eine halbe stunde hier rum gekauft bin habe ich jetzt die stelle gefunden wo ich lang gehen soll und zwar genau da lang kein wunder dass ich das nicht finde und da werde ich auch auf keinen fall lang gehen weil hier ist kein schild kein nix hier ist auch schon weiß ich nicht hier laufen nicht viele lang und das ist auch kein offizieller weg ob ich über diesen fahrt den ich am anfang lang gegangen bin ob ich da hätte weitergehen können weiß ich nicht das werde ich jetzt auch nicht weiter versuchen ich laufe jetzt hier erstmal ein stück zurück und dann gucke ich wie ich weiterkomme das ist immer der nachteil wenn man sich von irgendwelchen trecks von irgendwelchen privatleuten raussucht die meinen sie müssten kreuz und quer laufen ich bin jetzt hier wieder an dem aussichtspunkt da gehe ich auch wieder zurück hier sehe ich jetzt ein schild und zwar nach tumpen das ist auch die richtung die ich gehen muss so ich weiß jetzt nicht ob man das so erkennen kann ich habe jetzt mal einen vergleich die rote linie ist der dreck den ich mir runter geladen habe und die blaue linie da lasse ich mich jetzt richtung tumpen navigieren also ist schon ein kleiner unterschied ganz unten wo der blaue feil ist da bin ich richtung tumpen ist auf jeden fall richtig ich muss gleich mal sehen wo der abzweig ist wo ich vorhin hätte lang laufen sollen ob da auch ein schild ist ich glaube da hätte ich mir einige höhenmeter sparen können weil ich laufe ziemlich weit wieder runter aber gut dann hätte ich auch den aussichtspunkt verpasst hier ist jetzt die ecke wo ich vorhin hochgekommen bin dieser fahrt ja und hier ist auch ein schild nach tumpen hätte ich mich mal nach dem schild gerichtet und nicht nach dem dreck hier bin ich vorhin hochgekommen bis hier war noch alles richtig ich bin dann da weiter hochgegangen laufe jetzt aber hier weiter runter bis zum aussichtspunkt ist es aber nicht so weit von hier also den könnte man dann noch mitnehmen da unten ist dann tumpen da geht es jetzt erst mal runter hier geht es jetzt runter also immer noch den schildern richtung tumpen folgen das ist jetzt hier aber auf jeden fall der offizielle weg weil da stand auch ein schild hier gibt es auch noch mal einen weg nach umhausen der hat nur so eine 20 minuten steht oben ja keine ahnung wie weit das hier ist also ich glaube man muss gar nicht diese steigung machen von da kommt irgendwo mein dreck runter also entweder von da oder irgendwie von da keine ahnung hier ist jetzt eine schöne bank da mache ich erst mal fünf minuten pause bei der schönen aussicht hier geht es jetzt wieder vom weg runter diesen fahrt klang ist auch offiziell also das schild zeigt auch hier hoch ein blick auf die kirche von tumpen der weg verläuft jetzt etwas oberhalb von tumpen da oben ist der tumpener wasserfall da geht jetzt auch noch ein weg weiter hoch der ist auch ausgeschildert aber keine ahnung wie weit das da ist und da gehe ich jetzt aber nicht extra hin hier ist auch noch mal das schild richtung wasserfall jetzt laufe ich doch ein stück durch den ort auch richtig schön hier nochmal ein blick zum wasserfall jetzt bin ich erst mal wieder im tal angekommen mal schauen ob hier schon irgendwelche schilder sind die steht jetzt auch dran tumpener wasserfall 30 minuten aber keine ahnung wie weit man da rankommt hier ist jetzt auch ein schild piborersee anderthalb stunde ötz anderthalb stunde da fährt dann auch irgendwo mein bus und dann gibt es noch den habischer see vorher ich werde mich jetzt auch überwiegend nach den schildern richten auch schön es war ein asphalt weg aber der stört mich jetzt überhaupt nicht vor allem wenn man hier so schön weit schauen kann noch mal ein blick zurück das ist so schön hier und absolut keine leute unterwegs ich habe gerade nur zwei spaziergänger mit dem hund gesehen aber ansonsten überhaupt noch niemand immer gespannt wie es nachher am see aussieht aber das jetzt mitten in der woche ferien sind vorbei ist aber heute noch mal der letzte tag wo so schönes wetter sein soll also gibt bestimmt noch den einen oder anderen der dann noch mal in den see springen will hier ist jetzt wieder kein see angeschrieben aber ich denke mal richtung jetzt wird wohl richtig sein ich mache jetzt hier einen kleinen abstecher zum habicher see ich weiß jetzt nicht ob ich dann hier wieder zurückkomme aber ich glaube ich kann von da aus dann auch ja weiter gehen wird jetzt aber ein bisschen lauter weil hier ist direkt der bach neben mir geht jetzt aber auch ganz gut runter muss ich bestimmt alles wieder hoch laufen da unten kann man schon den see sehen ist aber auch schon recht klein schöne sitzgelegenheiten ja schöner kleiner see weiter geht's richtung kühle gebirgs luft das habe ich gerade richtig gemerkt wo ich hier vorbeigelaufen bin war auf einmal richtig kalt da ist auch noch ein geheimeingang so da hängt ein thermometer gucken ob man das erkennen kann 5 grad zeigt das an und ihr kommt eine eisige kälte raus ich mach gleich mal die tür auf die kann man nämlich öffnen ist schon wirklich kalt sieht man hier noch irgendwas wahrscheinlich nicht hier ist der felsen weiter geht es ja auch nicht aber das kommt schon hin mit dem 5 grad wahnsinn ich sehe gerade ich muss gleich nochmal eine pause machen weil mein akku macht langsam schlapp von der kamera die muss ich gleich nachladen halbe stunde ist es jetzt noch zum see da geht es erstmal wieder bergauf wie ich sehe ich mache nochmal einen kleinen rundumblick da drüben wieder die häuser mitten im berg und da geht es hoch die ganzen steinbrücken hier mit moos bedeckt schön bin ich gleich mal gespannt ob die gaststätte dort offen hat am see dann freue ich mich schon auf einen kaffee oder cappuccino und auf was süßes der see scheint ziemlich weit oben zu sein geht nämlich nur noch bergauf ich sehe schon den parkplatz und auch den see das ist bestimmt noch einiges los heute so badeanlage kommt man bestimmt nur mit eintritt rein so das war wieder lecker jetzt geht es erst mal eine runde um den see auf jeden fall mindestens eine halbe runde ich weiß jetzt gar nicht wo ich dann von dort aus vom ende vom see dann irgendwie nach jetzt kommen wir zur bushaltestelle da drüben ist das restaurant da war ich gerade und links davon ist die badeanlage so hat man mal einen kleinen besseren blick auf den see hier ist so was wie ein steg also denke ich mal kann man auch hier außerhalb ins wasser springen ich hier fast ins wasser gefallen weil der steg hier doch ziemlich schwimmt das hätte jetzt auch noch gefehlt ich habe gedacht das ist alles fest gehe da drauf und mach schon fast ein spagat das ist mal ein schöner ausblick hier hier gab es jetzt mal noch einen anderen weg direkt am see aber da scheint einiges drauf gefallen zu sein hier kann man sehen wie es aussieht hier kann man sehen wie es aussieht so noch mal einen blick zurück das war jetzt das ende vom see und jetzt geht es noch ein stück weiter und dann gucke ich dass ich irgendwo ein abzweig finde wo ich dann nach ötz oder irgendwo hinkomme wo ich dann mit dem bus zurück fahren kann da geht es dann weiter nach pieburg hier ist jetzt auf jeden fall mehr los am see aber alles noch gut hier ist jetzt das ende des sees ich war vorhin ein bisschen voreilig von da oben komme ich her ich habe jetzt den rundweg am see verlassen und laufe jetzt richtung jetzt habe ich erst gedacht die lassen eine runter laufen und dann kommt man hier an der wegsperrung vorbei aber da geht es nicht nach ötz da geht es noch zu irgendeiner kanzel ich laufe jetzt den weg hier weiter man hätte aber auch oben noch weiter laufen können sieht auch wüst hier ist auch einiges runter gekommen normal richtig schöner weg war das jetzt ja ich bin jetzt erstmal unten angekommen also fast unten es geht jetzt über die landstraße runter es wird aber schon lauter also man hört die straße schon hier auch wieder ein schöner blick ins tal ich glaube jetzt ist da auf der seite irgendwo ich muss jetzt aber erstmal hier die straße weiter runter ja leute ich bin jetzt gleich in ötz wird dann nur noch die bushaltestelle suchen ich habe jetzt ungefähr 19 kilometer inklusive verlaufen was am anfang war also ihr könnt zum see laufen von bieburg oder direkt von jetzt müsst ihr nicht von umhausen ich bin nur von da los gelaufen weil ich da auch mein hotel habe also ich danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal dann bis zum nächsten Mal Vielen Dank.